Ja, das ist überleicht. Aber ich war noch nie auf der Gamescom. Ich würde gerne mal hingehen, aber es ist so ein Traum für die Zukunft. Ich meine, jetzt bin ich ja noch ein kleiner Nitz-Player. Aber wenn ich zur Gamescom gehe, dann bin ich schon ein Style. Schau, wo sind die Bomben? Wo sind die Bomben? Was? Ninks? Oh, dann. Was ist der? Ninks? Ich weiß es nicht. Sind da auch Zeitkisten? Nein, bist du verrückt. Hey, did you touch the wrong camp? Was bedeutet überhaupt touch the wrong camp? Ja, das war falsch. B4? Ja. So musst du die Kontrolle halten. Eigentlich immer nur Barrel, nonstop. Dann bist du Invincible. Ich würde die echten Speedrun machen. Das auch so. Also ich verwettere darauf meine ganze Metallschädel-Collection. Ich wäre dir vor, die Samms Metallschädel in Check 2. Einmal zum Geburtstag habe ich dir 2000 Metallschädel geschenkt. Ich habe gedacht, ich möchte eine Freude, wenn ich dir was in der Check 2 Währung geschenke. Ja, aber ich wollte das selbeisch finden. Nein, du hast uns getroffen. Warum hast du das jetzt gesammelt? Bist du demnig zu mir, was wir mit 30 Jahren? Hä? Ich wollte dir eine Frage machen. Aber du... Hier sieht echt dein bestes Burial raus. Ja. Was ist das beste Burial, das du hier gesehen hast? Wie beste Burial? Ja, wenn du jemanden richtig fertig machst. Und das sozusagen. Ich finde das von The Rock gegen Chris Jericho. Der hat den wirklich geboren. Aber... Aber Kinder Benni. Was ist denn Benni? Was ist denn Benni? Okay. Die Tickets für die Games Run kosten Probe sind ca. 11 Euro. Ich habe sie jetzt schon nicht. Es ist 1,20. Oh Mann. Du hast jetzt schon keine 11 Euro. Du musst voll versemmelt. Ich seh der da. Schau, wirst du was? Ich warte noch. Ja, du hast es schon abgeschrieben. 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 Und The Games Con is the night in August in Köln. Echt? Land 6,6,5,3. Was auf die alten Telefonnummer? Oder? Den besten. Den feierlich besten aus dem Westen. Was war Telefonnummer? Irgendwie hat der jetzt auch Telefonnummer. So ganz finster. Miss Finster, Miss Finster. Das ist auch genau eine Brand. 0139 400 400. Jetzt sicher. Ich mein, wie hast du es vergessen? Weil der Niklose das tausendmalete. Ein Drichtung billig. Mut billig. Das Ding der Woche, oder? Ja, aber der Niklose hat das auch. Aber er fragt immer uns, was das ist. Du musst annehmen. Es ist auch nichts interaktives, was du musst annehmen. Eingebunden in eine... ...in eine... ...in eine... ...in eine... ...in eine... Also... dann müssen dann da auch nichts machen. Ja. Und ehm... ...?? Was? Was jetzt kommen denn für neue Spiele aus? Die der Before Voilà." Hahaha. das ist der mit der kratze ich sehe ich habe ich jetzt 20 ich glaube das ist nicht das ist 22 aber jetzt muss ich auch nachdenken Ich weiß nicht, ob ich das nicht lohnen, wegen des Spiels. Was hat die Zukunft eigentlich so für Spiele für uns? Kick ich Gold dafür? Ich krieg gar nichts, ja, weil wir sagen. Was? Ich krieg gar nichts. Was soll denn? Ich hab wirklich 2.20 Uhr, am Ende der 1.20 Uhr. Nein. Ja. Real good to popen, ey, mit der Drone. Ich gebe halt irgendwie Bomben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wow. Life is like a sky. Just like birds when they fly. Ich liebe Parapida Ramper. Obwohl ich hasse Ice Cream, die Musik-CD. Ich finde die Tracks darauf, die haben keinen so guten Flow, verstehst du? Aber trotzdem, die Lyrics sind zwar richtig trashig, aber irgendwie kann man sie auch nur üben. Verstehst du? Oh, bitte. Oh, ich liebe das. Gib mir. Gib's mir, gib's mir. Dankeschön. Echt wahr? Ja, ich liebe den Level so sehr über alles. Und auch der DERAX hat mir geschrieben, dass er es auch liebt. Den Level? Ja, das ist sein Lieblings-Level. Ich hab dann gesagt so, ja, wegen diesen Roboter. Die machen wir so Serbs. Aber er sagt, nein, wegen den Häusern. Ich hab gesagt, okay, diesen Aufschluss. Oh nein. Du kannst ihn abschließen. 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 Ja, sehr gut. Du kannst ihn. Ja, ähnliches geht nichts weiter. Kein so Hello Reach. Helloween, Mann. Wow. Wow, der kommt sich auf. Da ist ja die Beine drin. Danke schön. So nett. Du musst es mal für mich anschauen. Kennst du die Spielpersona? Vier? Ja. Ja, warum gehts? Eine Persona. Hm, real good Pop. Jetzt können wir Trigger haben. Kann man einfach. Oh, es geht, es geht. Aber du hast ja eine Quark. Echt? Ich hab ihn eh noch. Ja, was willst du? Ja, was willst du? Waaah, real good Pop. Ne, was hast du wrong? Boah, ich hab grad so'n Affenzahn drauf. Waaah. Die Löwenzahn. Okay, was soll ich wieder wissen? Nein. Was willst du jetzt eigentlich? Ist ja echt da. Willst du jetzt OVER bringen? Ich glaub, das hat niemand ganz gecheckt. Ich hab in meiner neuesten Page 20 von meiner Erfolgsserie Charlo Adventure den Begriff over integriert. Glaubst du irgendjemand, ich verstehe was ich damit mache? Ja, das geht. Und jeder ist ein Wrestling Fan. Ah, das geht. Ja, das geht. Waaah, real good Pop. Ne, was hast du wrong? Oh. Oh. Du willst auch noch spielen? Ja, das will ich jetzt. Ja, okay. Ja, okay. Ich will jetzt nicht irgendwie einen schlechten Eindruck hinterlassen. Ganz genau voll das Format. Speed Rundale. Speed Rundale. Das gibt's ja bei Rocket Beans. Rocket Beans. Rocket Beans. Rocket Beans. Neue Zuschauerfrage. Lieblingsmitglied der Rocket Beans. Bei mir ist es Goody auf jeden Fall. Goody hat mich als Kind schon geprägt bei Giga Games. War immer schon der netteste, immer schon der kindgerechteste und ich war noch ein Kind, wie ich Giga Games damals geschaut habe. So. Matt Kipschapp. Ja. Oh, oh, oh. Scheide will ich in einen toten Schlupst. Was schläft Matt Kipschapp? Auf einmal warte, ich verzweifle auf Pokémon. Wirklich? Auf einmal? Wow. Schreck. Schrock. Schrock. Giga. Einmal sie sich sehen? Wie ist denn das neuer Po? Oder warten die Fenster, warum diese vielleicht noch nicht angekündigt? Weiß ich nicht. Wie ist hin? Wie ist denn der Unmung? Wie erzählt den Mund? Wie ist denn eine Ohrwunde? Ich muss ein bisschen zu sagen. Wie ist denn das? Ich muss das in die Praktie im Prinzip. Wie gesagt, dass ihr es nicht anpackt habt, Er hat in die 3.0 Uhr nicht. Er hat die 4.0 Uhr nicht. nicht wissen. Das ist einfach nur eine gute Musikfilm. Aber wir sagen Radiosender dazu. Ja, kann ich sagen. Aber kannst du den Begriff over erklären, für alle, die meine Volkswebcomic-Charles Adventure gelesen haben, aber nicht ganz verstanden haben, worum es eigentlich geht? Es bedeutet einfach, sich selbst gut darstellen zu müssen. Ja, okay, lass mal so gehen. Sehr richtig. Genau das bedeutet. Ich warte, bis sowas gefilmt wird. Da vermisse ich die Carlos-Regierung. Die kenne ich noch gar nicht. Ich kenne nur Huen. Und Kanto, Yoto. Aber die anderen kenne ich nicht. Also eigentlich kenne ich nur die aus Feuerrot. Ich weiß aber nicht, welche das ist. Aber ich habe ja nicht so... Ich habe nur Feuerrot gespielt. Aber ich will auch mal Pokémon Crystal spielen. Das ist, glaube ich, echt gut. Es ist ein richtig edles Pokémon-Spiel. Nicht so wie schwarz-weißes. Es ist ja... Es ist ja... Ich glaube, es kommt immer ein Pokémon Grau raus. Weil es kommt immer deine dritte Special Edition. Dann muss ja eigentlich Pokémon Grau raus kommen, oder? Ist das schon confirmed? Ich meine... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht machen. Sie haben immer eine dritte Edition, dann noch rausgekauft, oder? Ich weiß es nicht, aber... Ich hoffe... Oh nein! 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 Das kommt was von dem Weg, was macht man gegen den Stern? Da kann man eigentlich nichts machen. Viele Leute warten ja, bis Half Life 3 konferen wird. Ich warte darauf, bis Baraba der Rapper 3 konferen wird. Wie lange muss ich dir, glaube, es ist So warten? Länger als Half Life oder Kürze? Also, da kann man so eine Wette abschließen. mit dem einen half-life-fan muss man die wette abschließen was früher raus und haben irgendwie schafft es nicht nicht einzuziehen was es ist ich warte was der kenne mit der west sieben so viele hat es nicht so viele dritte teile für warte pandemonium um wir haben gesagt sorry sind so ein warte keiner wird hier geschreddert statt grau kam schwarzweiß aber xy und da muss ja dann z draus ist der das war toll ich habe ich glaube ich und weiß ich mag das ist schon lange mehr als das war das ist eine schluss ich kann nicht mal unterfallen ich bin stark ich habe mich und ich erwarte nicht es ist das alte YouTube-Klasse geliebt Fresh Dumbledore. Ja, das war echt der Gäste, das war 2009. Ah, neun? Das war ja knapp. Ich weiß nicht. Sechs. Eins. Auf Youtube gab es das Video schon. Das ist schon auf Google Video zirkuliert. Ja wirklich. Oder auf Bambusratte oder was gab es noch für Prä-Youtube Seiten? Was waren so die großen Seiten, äh, die großen Seiten, bevor Youtube kam und alles ruiniert hat? Für Youtube kam und das neue Monopol. Ich höre so, die für früher auf den Oti-Tor. Der muss so richtig outrun, aber ich liebe das irgendwie. Du kommst nicht leicht vorbei, aber wenn du geschickt bist, dann schaffst du es. Du musst nur geschickt sein, ich liebe sowas, wenn es schwer ist, aber in keinster Weise irgendwie Unfair. Kann ich noch mal? Ja, Mann. Kilo Penny schreibt, warte, Teil 3, das 3, die Rubinaten. Was fragen wir bei der 3, auch 3 Seiten, ne? Oder 3 Ecken. Ach so, 3 Ecken. 3 Ecken, es ist ein Teil. Was solltest du mir ganz missbespunnen? Äh, ich glaub schon. Okay. Worum geht es allum? Um die, um die, um die, um die. Wow! Das ist so fun, das ist so Speedrunner, das ist so Speedrunner, das ist, oh, ist mein Liebens Speedrunner. Okay. Wieso ich da bitte alle mitnehmen? Hopp! Da wird die Beutelstrahl am Rennen. Keine Ahnung, mit Doppelsprung oder so. Okay. Wahoo! Aber wie schön! Dann kommt ja nicht der nächste Crash Bandicootel raus. Der nächste Uri Geller, meinst du? Nein. Okay. Der nächste Crash Bandicootel, da? Nahrungskette, oder? Also ich hab schon Hoffnung, dass ein neues Crash irgendwann rauskommt. Ja, aber, schau, Yooka-Laylee ist ja nicht. Yooka-Laylee. Ist ja nicht Banjo. Und das neue Castlevania ist auch nicht Castlevania, also. Wartest du jetzt, dass Naughty Dog da wieder sowas, so eine Art Crash macht? Eine Beutelfunktion und... Willi-Wombard! 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 Hatt ich jetzt grad ins Kring geküsst? Schau, schau, siehst du mich den Autor an. Und auf den neuesten Pokerfilm warte ich sehnsüchtig. Der bald in Japan erscheinen wird. Weil da ist dort die Waifu-Appearance konfirmt. Ich warte nur sehnsüchtig auf einen neuen One-Piece-Film. Weil ich liebe One-Piece. Lieblings Strohhut? Neue Frage für die Zuseher. Hey Strohhut! Hier ist es Usopp. Beziehungsweise Lissopp. Usopp oder Lissopp? Wie nennt's Swing? Lissopp, okay. Luffy oder Ruffy? Was? Zorro oder Solo? Solo. Das ist jetzt einfach nur Solo, gell? Aber ich... Real good pup. Wieso kann ich nicht einfach da starten jetzt? Ja, die Zahl. Die Zahl! Ich weiß, was ist eigentlich... Crash 1. Jeder sagt, Crash 1 ist unmöglich. Weil nicht nur musst du alle Kisten. Nein, du musst den Level auch schaffen ohne zu sterben. Ja, rate mal was bei Crash 3 musst du das auch machen und den schnell. Stimmt. Dann denkt aber keiner Sand. Weil Säue keine Intelligente gibt's. Watke, ich glaub Sanji schätze ich mal. Echt? Ja, ich schätze auch Sanji sehe. Ich schätze Sanji gar nicht. Besonders nicht den japanischen Sanji. Den deutschen finde ich auch okay. Der japanische Sanji so ein Musum Battle. Ich mag den deutschen, weil er eine coole Stimme gemacht hat. Ich weiß nicht. Ich persönlich glaube, dass Banjo-Kasui ausstirbt, der der nächste Teil mit einem Chameleon! Chameleon! sein soll. Und weil es von Microsoft ist. Nein. Es ist ja nicht von Microsoft. Es ist auch Gagstarter für den Original Banjo-Kern. Wie heißen die jetzt? Wie heißt die Stimme? Genau. Retro-Such. Aber das ist Chameleon. Ist ja kein Chameleon. Das ist so eine Exe. Nein, das ist schon ein Chameleon. So wie Gags. Nein, das ist schon ein Chameleon. Ja. Aber ich finde das Kreative-Design ist irgendwie schön. Also ich meine, Laylee hat irgendwie Tomaten auf der Nase. Ja. Aber es kommt ja eh auch für... Xbox. Xbox! Xbox! Ja, aber es kommt auch für Playstation und für... Playstation? Also keine Sorge. Also warum? Bei Regalpappen? Ja. Ich versuch wirklich noch immer die Lyrics. zu überleben. Zu überleben. Sony Playstation to the fullest Playstation. Kannst du auch die Playstation sagen? Aber du kennst auch noch die ganz alte Playstation Werbung. Mit Europa. Oh mein Gott. Echt? Ich unterschätze niemals die Power von Playstation. Ja. Das sind sie auf Europa. Und sie unterschätzen immer die Power von Playstation. Das war so eine urähnliche Werbung wie Betanoletta. Ich glaube Betanoletta hat sich das Entwicklung schon an. Ich war eine alte Playstation. Was? Schöne, das ist so perfekt. Ja, jetzt ist es perfekt. Rockman Perfect Memories. Jetzt ist es perfekt. Rockman Perfect Memories. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Wow, das ist gut. Leg Parade. Das war so das Wort von 12. Leg Parade, oder? Was sind noch so 12 Wörter? Ähm, warte. Ich meine 12 Wörter sind nicht so lange her. Also die hat man noch in geraumer Zeit hat man die noch eigentlich gesagt. Oh, los gehts, los gehts, komm. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen jetzt, dass ich den hab. Ja, aber das ist. Du musst ihn eigentlich haben, weil ich habe die da. Tuhuhuhu. Real good. Hup, Hup, Hup. Hup. Komm schon. Der nimmt alles mit der Krisch. Ist ja auch der Krisch? Das wär's nicht. Ich hab sogar die Schalassien runtergegessen. Hast du diese, kannst du den Trailer von... Wer ist der Film? Eine Star Trek Parodie? Wer ist der Film? Ich vergesse immer den Namen. Der? Nein, das ist mit Space Taxi. Ach so, ja, das. Ja, das du gleich noch mal. Oh, jetzt kannst du einfach... Äh, Annihilation! Real good, Pup Man, if it's your own cup! Oh, yeah! Whatcha gonna do, Brudder? Oder was ist der Krischbuch von Macho Man and Savage? Oh, yeah! Oh, yeah! Bei Potschermania haben wir also... Du weißt, der Rikki Steampot? Ja. Sagt irgendwie so... So wie der Macho Man schon sagt... Ich hab immer gesagt, er hat... Wow, yeah! Wirklich? Ja. Okay, das ist lustig. Okay, das ist lustig. Okay, das ist lustig. No, that's not funny. Everybody is serious in the danger, so... Ja, ja. Das ist der Rundi Savage. Was ich auch cool finde, ist... To be the man, you have to... Beat the man. Hey, wir haben noch viel Zeit. Was gibt's noch? Also, gut für Zeit. Wir haben jetzt alle Zeit, aber... Was ist alles auf Platinen gleich? Oh, ich liebe auch... Das war mir übrigens von den Motoren.